Servus und Hallo aus dem Trail und zum mittlerweile vierten Update Video. Heute wird es besonders cool, weil wir fangen an North Shore zu bauen. Ihr erinnert euch vielleicht an das letzte Video, in dem ich euch gezeigt habe, welche neue Variante wir haben. Und wir fangen jetzt an, hier eine Brücke drüber zu bauen und es wird wirklich genial. Ich freue mich total drauf. Zuerst mussten wir den umgefallenen Baum entbrinden, damit wir lange Freude an ihm haben. Danach haben wir uns einen kaputten Baum, der eh kurz vor dem Umkippen war, gesucht und umgesägt. Diesen haben wir als Unterbau für das North Shore Element genutzt. Darauf haben wir Kantschölzer festgeschraubt, die wir freundlicherweise von Willi Meier bekommen haben, dem ortsansässigen Holzbauunternehmen aus Biesing. Für die andere Seite musste ein etwas massiverer Baum herhalten, der leider beim letzten starken Sturm abgeknickt ist. Dieser wurde dementsprechend in Form gebracht und mit Kanthölzern bestückt. Uns gingen dann die Zeit, Akkus und Schrauben aus. Für den ersten Versuch aber gar nicht schlecht. Oder was meint ihr? Wir haben mittlerweile Bautag Nummer 2, was das North Shore angeht. Und ihr seht schon, hier wird massiv das Material bewegt. Und heute werden wir hier weitermachen. Aufpassen, sonst geht es noch kaputt. Die Elemente für den Unterbau haben wir von einem anderen entwurzelten Baum weiter unten. Diese haben wir leicht angesägt, dass sie nur hinsen rollen. Und weitere Baumstämme aus dem umliegenden Wald gezogen, um diese dann auf die großen Stämme zu legen. Der Unterbau ist jetzt mal fertig und die Konstruktion sieht sehr gut aus. Jetzt befestigen wir die mal und machen dann die Latten drauf. Hier haben wir die Akkuschraube echt zum Glühen gebracht. Und ich musste feststellen, dass mein eigentlich guter Akkuschrauber für solche Arbeiten nicht gemacht ist. Da konnte ich nur neidisch zu Bernhard schauen, der Profi-Werkzeug am Start hatte und damit auch wesentlich schneller war als ich. 12 Uhr mittags und das North Shore Element ist fertig. Der Hammer. Und Otto, bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Da haben wir richtig Freude damit. Ich glaube auch. Wie wir jetzt ne Testfahrt machen. So, und weil heute so geniale Bedingungen sind und wir uns nicht abwarten können, machen wir jetzt mal noch ne Probefahrt. Jo? Jo. Oh. Ich bin so laut. Wow, Airtime vom Feinsten. Das kann man schon machen, oder? Ja, das kann man schon machen. Ja, das kann man schon machen. Furz trocken, wie cool ist das? Das ist ja ein Drop jetzt! Geil! Okay, das ist fett. Geil! Mega! Okay, da hat schöne Rennen drin. Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es weitergeht und wann der Trail offiziell eröffnet wird, abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Falls ihr Tipps, Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und falls ihr auch mal mithelfen wollt, damit der Trail schneller fertig wird, werdet Mitglied. Den Antrag dazu gibt es in der Videobeschreibung. Grundsätzlich bauen wir samstags. Ob wir tatsächlich bauen, entscheiden wir meist kurzfristig und kommunizieren es über eine WhatsApp-Gruppe, da es stark vom Wetter und der Verfügbarkeit der Vorstände abhängt. Meldet euch einfach. Wir freuen uns über jede helfende Hand. Schön! Schau mal!